Wir müssen zurück nach... auf welcher Insel waren wir? Melee Island, Terror Island, irgendein Island. Und warum geht es in dem Spiel? Ich habe alles vergessen. Elayne Ratten, wahrscheinlich müssen wir Elayne Ratten vor dem Haus am Piraten LeChuck. Wie ihr sehen könnt, habe ich ein, zwei Tage nicht gespielt. Aber da kommen wir bestimmt wieder rein. Welche Elayne hat wohl Guybrush Threepwood? Ja, 2-4-11 oder so, ne? Victor Olosau sagt, kleine Reca, wo wir sind. Ich überlege gerade. Basti, weißt du, wo wir sind? Ich brauche noch einen kleinen Kaffee-Refill. Ja, kommt gleich ein Recap. Das Spiel versteht mich. Christina, the Voodoo-Lady, had gone missing. Wally, too. There was a lot to think about, but I was keeping my To-Do-List up to date and the main thing was finding those golden keys. Kann man nicht meckern, oder? Die steuern wir nochmal. Das ist doch schon mal nicht. Ich bin nicht mehr ganz drin. Also, Handlung ist, wir sind Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Das sieht man ja auch hier in meiner Kleidung. Und wir lösen diverse, hochkomplizierte Rätsel auf verschiedenen, ich vermute, karibischen Inseln. Und wie er eben erzählt hat, wir brauchen fünf Schlüssel für irgendwas. Und ich kann mich noch dunkel erinnern, dass ich auf eigener Insel war. Und auf dieser Insel versuchte, irgendwelche Wettbewerbe gegen die örtliche Könige zu gewinnen. Ich weiß aber nicht mehr genau, ob ich diese Battles schon für mich entschieden habe. Drei Stellen. So. Lass einmal Reaction machen zum letzten Mal hier in dem Video. Die Schlüssel ist Key. Okay, gut, dass ihr mitdenkt, Chat. Ne, das neue Spiel, Robby Wahn. Ich bin hier auch. Ich bin mit Monkey Island aufgewachsen, aber das Spiel ist relativ neu. 20, 22. Ich denke über das Leuchten. Ich weiß nicht, was das Glow bedeutet, aber ich glaube, es bedeutet LeChuck. Oder Madison. Egal, ich würde besser die Schlüssel finden. Ich brauche diese Schlüsse. Ich brauche diese Schlüsse. Ich brauche diese Schlüsse. Ich brauche diese Schlüsse. Ich habe auch sämtliche Steuerungselemente vergessen. Gab es hier irgendeine Karte, mit der ich mich in dieser Welt bewegen kann? Okay, hier ist mein Kram. Ich vermute hinter irgendeiner Taste liegt eine Karte. Steine M vielleicht? Nur M? Nur M. Wo ist die Insel, wo ich König werden wollte? Remuda, oder? Schon? Remuda war hier irgendwo oben, ne? Bin ich hier schon König? Liebe Bermudianer, bin ich aber König? Scheint nicht so aus. Scheint nicht so aus. Scheint nicht so aus. Reiche Kümmer. Ich wollte doch König von Bermuda werden. Hier. Hier. Hier gibt es nämlich diese Wettbewerbe. Hier musste ich drei Wettbewerbe gewinnen. Um König von Bermuda zu werden. Weiß leider nicht mehr, aber ich habe schon welche davon gewonnen. Wollen Sie nicht lachen? Wollen Sie nicht lachen? Habe ich irgendein Witzebuch oder so? Irgendjemand hatte ein Witzebuch bei mich. Rechte in den Sinn, ich glaube auf einem Schiff oder so. Vielleicht brauche ich das erst. Was buchen wir? Chuck´s Tagebuch. Kleidungsgedicht. Ich scheine kein Witzebuch zu haben. Das brauchen wir wahrscheinlich. Was hast du noch? Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was abgeht. Ich meine mich erinnern zu können, dass irgendwo ein Witzebuch existiert. Ich vermute, dass ich Jokehilfe brauchen werde. Das Buch hatte ich ausgeliehen. Ich sehe es hier nicht, oder? Ich weiß, wer das Witzebuch hat, aber wir haben es noch nicht genommen. Okay, jetzt kriegen wir auch einen kryptischen Tipp. Ich dachte hier... Das ist nicht der Typ auf dem Schiff? Sonst gibt es die Bibliothek bei der Gouvernante. Ich dachte... Ich dachte... Hier Francesco da oben, mit dem habe ich irgendeinen Deal gemacht. Ich denke, das wird es noch gegeben. Nein. Dann muss der andere Francesco. Sollte habe ich mit dem nicht irgendeinen Deal gemacht? Apple Bob? Das ist das Witzebuch. Ah, die Diskussion habe ich schon. Es ist kräftig, es immer und immer wieder zu lesen, aber es ist besser als nichts. Ich muss ihm ein anderes Buch geben. Steffano, mach es gut, mach es gut. Also habe ich andere Bücher, ich brauche gleich einen Tauschbuch. Was für Bücher sind sonst noch im Spiel? Ich weiß noch, ob es ein Kochbuch gab, irgendwo auf der anderen Insel da. Hey Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Es ist Lechucks persönliche Diary. Habe ich das Witzebuch der Gouvenante gegeben? Ne Ära, das Witzbuch, oder? Wie ist das eigentlich das Witzbuch? Ich kann mich dunkel erinnern, dass es... Okay, das scheiß ich so nicht zu kriegen. Was gibt es hier noch? Dass es irgendwo ein Kochbuch gab auf dieser anderen Insel. Ich weiß nicht mal, ob ich das hatte oder ob ich das zurückgenommen habe. Ich werde nicht mehr von Böden gehen dafür. Ich werde nicht mehr von Böden gehen, welche Kinder nicht mehr von Böden gehen und die Kinder nicht mehr von Böden gehen. Ich werde nicht mehr von Böden gehen. Es wird nicht so gut sein. Es ist eine Witzbuch für ein Bruder! Ich habe Hühnerfutter beim Geister Hühner Erdauerung. Ich habe schon mal probiert die zu füttern, aber ich glaube der Spüssel ist neu oder? Was passiert? Jetzt gibt es Schlüssel. Da ist schon nicht viel zu passieren. Raum einmal verlassen. Probieren. Da sind wir wieder... Oh! Das sind die Rätsel, die nicht killen. Raum verlassen. Zurückkommen. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Es gibt fünf von diesen Schlüsseln. Wie viele habe ich? Eins, zwei, drei. Ich muss wahrscheinlich vom Bermuda werden, um noch reinzukriegen. Ja, und wo der da eben herkommt, muss ich nehmen. Ach, buch eigentlich ein Inventar? Ich sehe es nicht. Das sind diese komischen Karten, die ich hier einsammeln so. Sorry für die etwas haarige Spielführung. Scheint ihr wisst, sonst wäre das ja alles extrem stringent gelöst. Ich muss erstmal reinkochen. Ich glaube, ich brauche ein Buch. So, die Schwabe sagt, die Mappe oder die Bucke? Hahaha! Es gibt so viele andere Dinge, die ich jetzt machen könnte. Warum dauert das Schmerz so lange? Relax. Lila weiß, was sie macht. Meine Mutter hat immer gesagt, gute Pizza nimmt Zeit. Das ist idiotisch. Hast du mich oder meine Mutter insultiert? Ja. Jetzt scheint das wertvoll zu sein. Gigante Swordfight. Also zurück zur Buchdiskussion. Ich kann mich erinnern, dass der Koch irgendwie traurig war auf, wie heißt die Insel? Melee Island, weil sein Laden abgebrannt war. Aber er wollte mir das Buch, glaube ich, nicht geben. Obwohl es mein Buch ist. Oder haben wir da schnell was gemacht? Ne, hier ist das Buch. Was? Are you done with the cookbook? I'd like it back. No, you can't take it. With my bar gone and no hope to repair it, this is all I have left. So. 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 Franchesto, wir haben was geben. So. 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 Hi, cords obrig je, Hendo. What would you say if I told you the governor authorized funds for the rebuilding of the Scumbar at an unspecified future date? She did? That's fantastic. I'll have a sunken area that catches grog spills for recycling and a medical triage room. Excuse me, lots to plan. dost mein Geh guh g ham? Okay, jetzt haben wir ein Kochbuch. Ob wir ein komischer Typ ein Kochbuch haben will. Wenn nicht, muss ich zur Gouvernante, da kann ich Bücher tauschen oder sowas. Das ist gar nicht lustig. Hey, Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Es hat einige excellente Recipes. Hast du mich versucht, zu torturen? Ich habe es seit Jahren gegessen. Auch, was ich wirklich brauche, ist ein Buch, das mir lange dauert. Das ist ja was für ein Buch. Was für ein Buch kann man... Endlose Geschichte, das klingt nach einer langen Geschichte. Kann ich dieses Buch kaufen? Okay, okay. Hey, Bob, möchtest du dieses Buch lesen? Es ist über einen Reise, der nie endet. Das klingt interessant. Und lang. Hier ist dein Schraubbuch zurück. Voll! Jetzt läuft es auf Chat. Jetzt haben wir ein Witzebuch. Das ist Flambeys Underworld-Killer-Witz. All Jokes über Demons und andere weltliche Dinge. Ich kann es nicht lesen oder lesen. Okay, so. Ist es benutzen in dem Wettbewerb, oder? Wie kriege ich einen Witz aus meinem Witzebuch? Ich habe diese eine Fisch-Challenge gewonnen, wo man irgendwie das Pfeffer auf den Fisch gemacht hat. Ich habe einen Schraubbuch nur herausgestellt. Er sagt, dass ich einen Schraubbuch habe. Das Wasser über das Haus. Aber ich habe noch nicht versucht, das Konzentrieren bis heute Morgen. Ich habe den Spruch in die ersten Räume gewonnen. Der erste Konzentrieren zu Atlanta ist der Luse. Warum haben die Dämonen Hörn auf ihren Händen? Weil sie zu unkomfortabel unter den Armen sind. Okay, das war aber auch ein Knaller. Das war übrigens eine Disziplin, die ich sehr, sehr stark wäre. Wer zuerst lacht, eben war das erste Mal, dass ich in der Geschichte dieses Films gelacht habe. Gewinn können wir spielen. One more contest to go, das ist klar. Raum für die Intelligenz. Julias Habitat. Matteo lacht doch. Obwohl, nein, ich glaube Matteo ist auch sehr kontrolliert. Es ist die einzige auf dem Island. Das ist ein Irreplaceable, naturales Ressourcen. Wie ist es denn mit mir? Wie ist es denn mit mir? Vielen Dank. Ich habe nicht verstanden, worum es da eben ging. Pop war traurig, hätte ich verstanden. So, haben wir das schon mal gemacht? Intelligenzschüsse, erstmal gucken, worum es geht. Chad, ihr seid schlau. Ihr seid zurück in 20 Sekunden, um eure Papers zu schlagen. Dein Zeit beginnt jetzt. Ich habe nicht die kleinste Idee, wie ein Algebra-Problem zu lösen. Ja. Also schummeln. Gehen wir aus dem Inventar zum Auswechseln. Aus den Notizen. Time's up. I'll take your papers. No surprises here. Queen Odina has delivered a clear and correct answer with a step-by-step truth. Mr. Tripur has drawn a series of Mustaches on the polynomial. Queen Odina is the winner. Better luck next time. Also. Muss immer den Zettel austauschen oder die Zettel her. Wir vertauschen die Namen. Was ist hier los? I can feel all the warmth escaping up the chimney. I can feel all the warmth escaping up the chimney. It's an empty bucket. It's an empty bucket. I can feel all the warmth escaping up the chimney. Schleimale hätte ich. Streichhölzer. I'll need something to burn first. Holz. Muss immer streichelt sein. Okay, jetzt brennt's. Was soll man das bringen? 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 Ich will zurück in 20 seconds to grade your papers. Your time starts now. Scheint be sabgen. Did you notice the excellent fire in the fireplace? Yeah, yeah. I don't understand any of it, but I guess she knows what she's doing. Tauschen? No funny business, Buster. Did you notice the excellent fire in the fireplace? Yeah, yeah. No funny business, Buster. Aber am ersten Mal hat sie geguckt, oder? Vielleicht muss ich noch etwas Lustiges bauen. Vielleicht habe ich nur den falschen Knopf gesucht. Okay, sie guckt noch einmal. Aber dann hatten wir schon alles. Ich hätte nur die Zettel tauschen müssen. Ich werde zurück in 20 Sekunden für Ihre Bücher. Ihre Zeit beginnt jetzt. Hatte du den excellenten Feuer im Feuerplatz? Ja, ja. Oh, zum Glück hat sie nicht mehr auf die Zelle geguckt. Hm. Hm? Hast du die Namen getauscht wenigstens? Ich bin der größte Überraschung, aber die Wahrheit ist klar. Herr Threeput ist der Wetter. Aber... Wie ist das möglich? Clean living? Regular exercise? Und ein Gehirn wie eine Mountain? Dense, motionless und formiert durch die Erosion. Du kannst sehen, die Schwierigkeiten, die ich habe. Ich kann. Und mich als König von Bermuda? Next time. Das ist doch noch ein paar Sachen. Ich bin der König von Bermuda. Ich bin der König von Bermuda. Das ist doch noch ein paar Sachen. Aber das ist doch noch ein paar Jahre. Vows? Nobody mentioned any vowing. Will you faithfully uphold the honor and dignity of Bermuda in your every thought and deed? Honor and dignity? The queenship is not an a la carte position. Okay, sure. And will you promise to enforce and obey the laws of Bermuda? Of course. Do you swear to defend and protect the people of Bermuda, sacrificing your own life or limbs if necessary? Okay, I guess so. And will you gracefully accept all challenges to your heartiness, your seriousness, and your intelligence? Gladly. Very well. Citizens of Bermuda. Your new queen, Guybrush Threepwood. Congratulations. You want my advice? Give me the crown already. I hope you like spending all your time doing the three challenges, because that's basically what your job is now. I have to write my memoirs. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Okay, let's take the golden end. Yeah, that's a relatively nice. The other one is a relatively nice. Call the Guybrush. Oh. 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 I've decided to reshape the government as a worker-owned collective. That's why I've symbolically destroyed the crown. Why don't you all take a key? You get a key. One. And you get one. And you. Now, if you'll excuse me, I've got places to be. Nein, Kapitän, du hast es nicht gemacht. Ich war auf meiner eigenen Initiative. Wenn ich eine Initiative will, werde ich es fragen. Natürlich, Herr. Ich brauche euch, um ein Teamspieler zu sein. Und jetzt, die Team ist auf eine Sache. Das Geheimnis. Uh, ja, Herr. Was, was ist es? Was ist es? Es ist nur, dass... ein paar der Crew haben schon gesprochen. Sag mir schon! Das Gefühl ist, dass... Das Geheimnis... ist nicht wirklich... ein Team goal. Es wurde gesagt, dass... Sie denken, dass... das Geheimnis das Geheimnis wird helfen, zu gewinnen über Elayne Marley, welch, ehrlich gesagt, es ist nicht realistisch, Herr. Sie sind nicht zu sagen, Elayne, in meine Presence. Und Sie sind nicht zu wissen, was ich denke. Entschuldigung, Kapitän. Das wird das letzte Mal, wenn ich es um. Ja, es wird. Also, was war mit Stan? Ich weiß, dass es die Storyline gab, Stan aus diesem... Wie heißt das? Eissteinbruch zu mitreinen. Ich weiß noch nicht mal, wie ich es gemacht habe. Als Ihr König bin. Als Ihr König bin. Es ist nicht Ihr König, Ihre Majestät. Es ist eine federale Fasilität auf dem 673. Circuit Court. Oh. Hat er hier einen kurischen Ausweis gefälscht oder was? Ja. Als Prisiner Stan. Einige könnte ein Bild von ihm bekommen. Er hat nichts zu tun. Das haben wir noch gemacht, oder nicht? Ach. Halluziniere ich? Ich meine, dass ich das hier schon zusammengebaut habe und dann dem Typen gezeigt habe. Ich muss das hier schon aussehen. Wir machen jetzt das mit dem Geräusch. Dann ist das STーム. Ist die Lockdown über yet? Nope. Ist die Lockdown über yet? Nope. Ist die Lockdown over yet? Ja. Meine Autos ist dann schon befreit haben, oder? Das ist zu lange her, Chat. Note to self. Spiele nicht mehr drei Monate pausieren. Zum Rathaus gehen. Ich habe im Rathaus schon Schlüssel gekriegt, das weiß ich auch nicht. Wegen irgendwelcher Nachlass hier von... Ne, nicht im Rathaus, im Gerichtsgebäude. Das ist mal noch hier, oder? Okay. Gehen wir zum Rathaus. Es geht beim Uriah. Hallo, loyal Subjekt. Ne. Prost da von mir. Ich habe das Gefühl, dass jemand hier meine Koronation nicht geprägt hat. Ich habe das Gefühl, dass jemand hier meine Koronation nicht geprägt hat. Ich bin hier schon. Beerenfalle. Einmal. A Bucket filled to the brim with rotten fish bones. I'm staying far away from this. It says, Courthouse of Bermuda. Da war ich schon. Es ist eine Sculpture von deinem wirklich. Meine Jawline hat nie so schiselt. Ein Bucket, die zu der Brim mit roten Fischbönen veröffentlicht hat. Der Wind muss das Feuer ausbauen. Schiff? Ich weiß nicht. Ob ich hier irgendwas Spannendes sehe? Ich habe nicht daran gesehen. Hier bei dem Gerichts-Francesco war ich auch schon. Da habe ich schon Schlüssel gekriegt. Ich habe vier von fünf Schlüsseln, oder? Was ist der fünfte Schlüssel? Schöne Bild. Wie kommt ihr meine To-Do-Liste? Ich sehe mein Inventar hier. Ich muss mal checken. Was haben wir zu tun? Hochrangiger Seeteufel? Ah, das war sehr langweilig. Ich möchte die Geschichten ausweich lernen. Haben wir geschafft, ne? Flager aus dem Museum. Hä, haben wir die nicht geklaut? Ach so, die echte Flager aus dem Museum erhalten. Ne, das haben wir doch gemacht. Dann wurde die unechte. Gestrichen dann als Task? Okay. Na, durchgestrichen heißt es auch. Ist kein Task mehr. Aber warten wir nicht. Lage vom Quarantäne-Schiff erhalten. Freundeschlüssel von Bermuda haben wir. Königin und sowas von. Freundeschlüssel von Terror Island. Oh, Terror Island war so gruselig, da will ich nicht hin. Okay, muss wahrscheinlich sein, ne? Okay, das scheint die aktuelle Taste zu sein. Dann nix wie hin da. Das ist ja alles frei, ne? Oh, ich hab mir eine Angst, Güte. Ich hab mir große in den Chat. Hier gab's irgendein fieses Labyrinth oder so, ne? Ich weiß noch, ob es hier irgendeine Labyrinth-Task gab, aber ich kein Bock hatte auf Labyrinth. Da hab ich gesagt, ne, machen wir nicht. Aber das ist wahrscheinlich nicht die Dauerlösung. Irgendwie hier, oder? In dieser Höhle und da hat er keinen Bock drauf. Ich hab auch jetzt noch keinen Bock. Komm mal richtig rum. Ich hab einen Plan. das sind zettel lesen nicht aufgehoben hatte zettel skurrile notizen diese wären symbole der weg zeigen was nicht schlau genug ich habe wieder raus ich kann nicht laufen Ich kann nicht nach den Docks gehen. Ok, wir müssen erstmal den alten Screenshot-Trick machen, das ist erst nichts. Snaggit, wo bist du? Bist du erlaubt? Ist bestimmt erlaubt, oder? Aufnahme und dämonisch wie wir sind, öffnen wir das auf dem anderen Screen, die wechseln wir jetzt. Und jetzt gucken wir uns an, was wir für das Wohle sehen. Ihre letzte gemeinsame Sommernacht war heiß, grell und schwül. Das ist das komische Zeichen. Die Nacht war lang, aber nicht lang genug, denn am Morgen kam es früh, als sie sehen ist. Moment Sommer und hier bei Imchen ist ein Frühlingstext, Frühlingsblabla. Bei dem Zeichen ist auch ein Frühlingstext. Gibt es noch mehr Symbole? Geht zurück. Ich gebe jetzt mal vier Türen, so für Jahreszeiten. Frühling. Sommer. Erbstnächten. Winter. Himmel. Komischer Auge. Frühling. 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 Herbst. Und Winter. Also. Frühling. Also. Frühling. Sommer. Herbst. Winter. Verstehe ich noch nicht. Oder muss ich immer. Logisch wäre, wenn ich gucken muss, hier ist Frühling, hier ist Sommer, hier ist Herbst und irgendwo ist Winter. Je ne comprends pas Chat. Textinhalte sind entscheidend. Ah ok, es reicht noch nicht. Frühlingsmäßig funktionieren. Schau mal nochmal auf den Lachs. Sommernacht bla bla bla. Nacht war lang, aber nicht lang genug, denn da kommt man zurück. Irkea. Es kam also. Wollen. gehenden die Bienenschwemmten aus, da sie wussten, dass sie in der nächsten Saison zu seiner großen Reise aufbauen musste, versuchen sie vergeblich, es zwanglos zu halten. In diesen klaren Herbstnächten schwankte das Schiff nass am Schaukeln, doch klopfte er in den Grujen und erdeckte niemand an. Ey, ich bin nicht schlau genug für sowas. Wie sind die Jahreszeiten? Frühling, Sommer, Herbst, Winter, wieder Frühling und links der Anfang vom Text. Also muss ich aber zum Anfang der Höhle und dann dem Text in der Reihenfolge folgen oder was? Also Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Okay. Das heißt symbolmäßig... Okay, ich hab den Screenshot. Ich cheat damit. Erstmal muss ich aus der Höhle raus, oder? Gab es nicht irgendeinen Move, hier rauszukommen? Wir waren hier schon mal, ich hatte keinen Bock drauf und dann sind wir irgendwie rausgekommen, oder? Ich hab nur den Move vergessen, aber es gab einen Trick hier rauszukommen. Ein Schild lesen? Welches Schild? Irgendwas war ich hier im Inventar? Es gab einen Shortcut hier zu entkommen. Na, das hier war's. XYZZY Magic. Ich weiß nicht warum, aber den Trick haben wir schon. Aus der alten Zeit. Ich stand schon richtig, aber jetzt können wir, jetzt wo wir wissen, welche Reihenfolge wir es machen müssen, können wir es ja eher besser nochmal von Anfang an machen. Okay, ich cheat hier mit meinem Screenshot. Als erstes kommt, der Frühling kam in voller Hucht, die Käsekästchen und Blumen gehnten, die Bienen schwärmten aus. Jetzt müssen wir das Käsekästchen zum Blumen finden. Das ist hier. Als nächstes kommt dann, ihre letzte gemeinsame Sommernacht, war heiß, grell, schwül und Y. Jetzt wollen wir Y. Hier, das zählt dann 17. Dann kommt nochmal in die Rechnung Herbst, in diesen D-Herbstnächten. Das zählen wir als D. Jetzt kommt Winter. Winter ist so ein durchgestrichenes Auge. Hier. Und jetzt kommt wieder Frühling. Sieht aus wie so ein Tentakel. Danke für die Hilfe. Bei solchen Sachen habe ich einerseits null Geduld, andererseits auch null Schlauheit. Ich glaube Schlauheit ist der Begriff. Das hätte acht Stunden gedauert, ich hätte das Spiel gewählt. Okay, was machen wir jetzt hier? Okay, hier geht's. Oh nein, die Lamp ist raus. Ich sollte das gesehen haben. Wasser, Feuer. Dann sterben wir. Wir speichern. Ich darf nicht speichern. Was muss ich tun, Chad? Hilfe! Kommt an, Leute! Hilfe! Diese wieder raus. Ich bin jetzt schon in Panik. Kannst du das nochmal machen? Wir brauchen einen Plan für ins Wasser springen. Uff. Wenn ich wieder komme, erwarte ich von euch einen detaillierten Plan. Wir haben schon mal gelernt, weil das Feuer nie ausgeht. Haben wir ein Geisterfeuer? Ich bin immer für Hilfe zu haben. Phosphorfeuer oder so. Fisch aufblasen? Fisch aufblasen? Fisch anzünden. Aber ich brauche irgendeinen Feuerschüssel, oder? Bob hat mir vorhin irgendwas erzählt. Ich höre nie zu bei Bob. Aber ich verstehe euch so. Wir sollten zu Bob. Mit dem Chat höre ich nämlich zu. Hast du noch das neue Buch endet? Nein. So weit wie ich kann. Es hat keinen Ende. Einige Geschichten sind besser davon. Es ist fantastisch. Stark ist das Backsealing hier. Ja, geht. Beim Schach ist Chat meistens relativ wenig hilfreich. Wir sind ja 90% Schachkanal. So, ich würde sagen, es ist nicht so viel Backsealing. Aber so was hier. Ich habe auch 0. Ah, nicht 0. 0,2% Geduld. Und ich muss auch zu leiden. Es geht hier in Bälde weiter. Gleich. Oh, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Nehmen wir mal wieder nach, warum Flambe immer noch ein Job hat? Er tut nichts. Er ist gut, wenn wir nach der Nacht unter der Wasserleine am Morgen schließen müssen. Häng mal in da, Bob. Still nicht lustig. Ich würde ihn nicht aufwachen wollen. Jetzt Dämonenfeuer? Bam! Ich soll trotzdem mal speichern, bevor ich mich wieder in den Blumen stürze. Da hast du ja Angst. Vielen Dank, vielen Dank, Chat. Das hätte sonst auch unwesentlich länger gedauert. So, erstmal durchs Labyrinth. Das können wir jetzt hören. Ah, okay, geht automatisch hin. Ist ja nett. So, ich speicher, feigheitshalber. Okay, hier geht's. Ich glaube nicht, ich werde zu nahe kommen. Wahrscheinlich schmeckt es lecker. Wenn ihr einen Schlüssel sagt, seht, sagt Bescheid. Was ich hier tue, ich finde noch nicht so einen Schlüssel. Stehe ich noch unter Wasser? So was speichern wir. Cooler, da, ich habe Schlüssel. Oh. Lucky thing you landed on my bed. Herman Toothrot? I think so. It's been a while. How have you been? Meh. Have you been in this cave very long? Well, not in geologic terms. As a percentage of the total number of years of existence of the cave itself, it would be a small number. On a human scale, however. Yes! It all depends on your perspective. I'm looking for a golden skin. It sounds like something I might have read in a book once. Are you a fictional character? Not that I'm aware of. Are you freaked out by all the weird screaming in the caves? Oh, that's me. Just a little light entertainment and well-being work. Primal screaming is very therapeutic. Try it. Was ist die Geschichte von Herman Toothrot? Er war so Robin... Robinson Crusoe-mäßig auf der... Im ersten Teil schon auf der Insel unterwegs, hm? Ahhhh. You're right. Man hat ihn versprochen, im ersten Teil mit zurück von Monkey Island zu nehmen. Aber man hat ihn einfach zurückgelassen. Er ist Elaine's Vater? Hm. I think I'll have a look around. I'll be here when you finish the grand tour. It's a golden key. What? Or a lock. Or a film. No touching! That's a golden key. Maybe... It's mine. Let's make a deal for the key. I'm pretty sure I wanted it for a reason. But a decade or so in a dark cave can do funny things to your memory. So, get me out of here and then I'll let you have the key. If you let me have the key, then I'll get you out of the cave. That sounds good. As long as it's escape first, key afterward. It needs to be key first, then escape. It needs to be escape first, then key. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? I don't know. That's a Mexican center. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? Me having the key is for the greater good. For the greater good of you, certainly. Just give me the key already. Now! Now! So let me have the key. Now! 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 You're not using the key! Now! Now! That's the last key that he wants in. Hier komme ich. Willst du eine Quote hören? XYZZY Well, das war nicht so schwer. Was passiert mit Mr. Toothrot? When? Did du ihn aus der Cave? Wie hast du das gemacht? Das ist kein Teil dieser Geschichte. Oh, okay. Okay. Ohhhh. So, wir haben alle vom Schlüssel. Das ist richtig, Kapitän. Du hast nur den letzten. Was ist das? 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 Es ist fast bereit. Ich bin sicher, dass ich ein paar Worte finden werde später. Ich bin Angst, dass ich die gleiche sagen kann. Ich bin Angst, dass ich die gleiche sagen kann. Okay. Whatever. Ich wollte zum Voodoo Shop. Brauche ich das? Ich bin nicht fertig. Ich bin nicht fertig mit meinem Trink. Ich bin nicht fertig. Schade. Das ist der gute Schock hier. Der Moment der Wahrheit ist an der Hand. Wir haben uns ja aufgeregt. Ich brauche viele Schlüsse, um das zu öffnen. Und dann. Habt ihr alle Schlüsse? Muss ich one on one hier einsetzen oder was? Woher weiß ich, welcher Schlüssel wo ist denn jetzt? Oh! Marcelo Wallace ist es. Wow. Es ist geesier als gedacht, aber trotzdem ist es ja schön. Oh! 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 Hmm. I wasn't really thinking about the possibility of yet another lock. It seems like overkill. Ignorance with who it is. Well, there's no serial number. Maybe I can break it open. Oh. This is what we're missing. Pissing this. Mom? This is not a problem. The key is probably somewhere obvious. Three points! Aha! LeChuck. My old nemesis. Here we are again. Looks like this story ends the way it was always destined to end. With just you, and me, and the secret. Not quite. I don't suppose it'll do me any good to point out that you're cheating again. I've underestimated your resourcefulness, Threepord. But force always wins in the end. You should try it sometime. Good luck opening that. It's well made. I tried everything I could think of for a whole minute, and I didn't make a dent in it. Of course not. The secret can only be revealed in a ceremonial chamber located deep within the bowels of Monkey Island. That would have been nice to know ahead of time. It pleases me to have you live with the knowledge of how close you were to having this before I took it from you. So, I've decided not to kill you right this minute outside that door. The deal is off. Don't even think about following me. And count to a hundred before you leave the building. A hundred. Guybrush! Why the girl said she saw you come in? Are you alright? No. I mean, yes, I'm fine. Do you want to talk about it? The truck has the secret. And he's headed for the bowels of Monkey Island. The caverns underneath the big monkey head? There's no time to lose. Let's talk on the way. One, two, three, five. What, see? Is that here a longer part? Or is it already done? I was not so old today. I'll definitely have to take notes next time. Yes. I just hope it turns out to be worth all the effort. Whatever. That was easy. I'm not talking about the trip over. I'm not talking about the trip over. to it. Not to mention the trail of destruction you've left in your wake. Yes, it looks like it is. Yes, it looks like it is. I don't know. You know what they say about omelets and eggs? Well, I haven't seen the omelet yet. Just a lot of eggs. The omelet is the secret of Monkey Island. And I don't know that I'd say lots of eggs. A few eggs. Oh, guck mal. Vielen Dank für den Raid. Einen wunderschönen guten Abend. Was ist bei euch los? Wir sind hier in den Tiefen von Monkey Island. Monkey Island kam. Welche Teil ist das? Fünf? Das neue Monkey Island Spiel. Ich bin ja sehr alt. Ich bin aufgewachsen. Mit Monkey Island einzusetzen. Wir sind hier kurz vor dem großen Showdown. Gegen den Geisterpiraten LeChuck. Ich wollte gerade große Cliffhanger machen. Weil ich glaube, heute habe ich nicht mehr die Kraft, LeChuck zu besiegen. Trotzdem, vielen, vielen Dank für den Raid. Was passiert in der Krogman-Welt? Wer hier ist Krogman schon ein internationaler Rockstar? Ich habe wenig verfolgt die letzten Wochen und Monate. Ich war hier in Sachen Schach unterwegs. Aber es freut mich, dass ihr da seid. Nach dem Teil ist, glaube ich, Schluss, glaube ich auch. Es ist, glaube ich, der letzte Part, Part 5 hier. Wir quatschen noch kurz mit Elaine. Wir sind Guybrush Threepwood. Das ist Elaine. Wir sind ja eigentlich Schachkanal. Ich habe heute schon eine Stunde sehr schlecht Schach gespielt. Hat dann hier erfolgreich einige Schlüsse bekommen. Hat irgendjemand diesem Dialog gefolgt? Ich habe kein Deutsch mehr gesagt. Man hat irgendjemand diesen Dialog gefolgt oder ist irgendjemand diesen Dialog? Except for the key. True, but he wasn't really using it. Well, you'll be happy to know he made it out. Hat verfolgt, is he. I rescued him myself. I am happy to know that. Thanks. Remind me, why we're talking about all this? It's just, I'm worried that the secret can't pass. Possibly measure up to the effort and anticipation. What exactly are you expecting to find? Er ist gefolgt. Hä? Ist irgendjemand diesem Dialog gefolgt, oder? Hat irgendjemand ihn verfolgt, ja. Ich bin nicht bereit, ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit, ich bin nicht bereit. Labyrinthe? Wer ist hier die Flarete? You go on ahead, sweetie. I'll catch up. Verfolgt, is gefolgt. Sind wir uns doch einig? Meine Damen und Herren, ich habe Angst hier im Labyrinth, in den Tiefen von Monkey Island. Und kommt damit auch schon zum Schluss heute.